herzlich willkommen liebe zuschauer zum trading tipp des tages ja positive signale aus den gesprächs oder verhandlungsräumen zwischen usa und china beflügeln die börsen wir haben es gerade gesehen der dax marschiert in richtung 11.900 punkte und wird getrieben vor allem von der automobilbranche die eben unter diesem handelsstreit und der gefahr neuer strafzölle eben stark gelitten haben natürlich spielen auch andere faktoren eine rolle klar der dieselskandal hat natürlich maßgeblich dazu geführt dass wir hier deutlich niedrige niedrigere kurse gesehen haben aber es scheint sich eine kleine trendwende einzustellen hier unser trading tipp kontinental steht kurz davor einmal dieses diesen widerstand bei 150 euro zu überwinden und knapp darüber verläuft auch die wichtige 200 tage linie also hier könnte sich in den nächsten tagen ein zwei tagen wirklich ein massives kaufsignal einstellen und anschließend ja ich sag mal haben wir eine zwischen heute bei 100 160 etwa 165 und dann erst wieder im bereich von 180 euro der vorstand hat auch gesagt dass er die die umsätze mit software für die automobil für die automobile bis 2030 vervierfachen will all das ja hebt natürlich die stimmung und entsprechend ist die aktien plus und deswegen auch unser tipp des tages ein faktor long auf kontinental mf 8 tx der ein oder andere mag sich daran erinnern mensch die wkn habe ich doch schon mal gesehen stimmt im februar hatten wir den schein schon mal zum kauf empfohlen bei 11 euro 64 oder 68 damals der schein hat also schon 28 prozent gemacht trotzdem trauen wir hier dem ganzen noch mal so den bereich 19 20 euro auf jeden fall zu wer da schon drin ist der hebt den stopp an ich würde mal sagen in dem bereich von 12 euro 80 und lässt die gewinnen laufen der gleiche stopp auch für den neueinsteiger wie gesagt hier sind doch noch deutliche kurs avancen möglich wenn eben ja der handelsstreit sich weiterhin auflösen sollte es gibt ja auch im brexit bereich annäherungen also insgesamt die stimmung deutlich positiver und deswegen hier der trading tipp ein kontinental faktor long das war's von meiner seite wir sehen uns morgen wieder bis dahin tschüss